Ich habe einen Brand heute Morgen, aber richtig schädelweh, Kopfweh nach meiner großen Party gestern Abend. Und wer ist schuld daran? Erika. Jetzt war sie mit mir die ganze Nacht in Amerika und wie sehe ich aus? Tod, aber das ist ja die echte Erika, meine nagelneue Single. Und heute ist der Tag der Offenbarung, der 5. Januar 2013. Holt euch jetzt die Single überall im Fachhandel oder als Download. Und deswegen viel Spaß mit meiner heute kopfgeplagten Erika.